Wenn ich uns ein bisschen über die Schulter schaue, sagen Sie mal, bauen sich schiefe Bagger. Ja, könnte man meinen. Das ist doch nicht gerade hier. Es liegt einfach daran, es ist ein sehr einzigartiges Nivellierungssystem und zwar sind wir der einzige Hersteller, der den Oberwagen komplett unabhängig von der Achse verschieben kann. Einmal für einen gewissen Hangausgleich, wenn der Untergrund schräg ist, damit ich die maximale Last nach oben befördern kann, sollte die Maschine so gerade wie möglich stehen. Oder als zweites, wenn ich den Teleskoplader bis oben ausgefahren habe und merke in dem Anwendungsfall, ich bin jetzt 10, 20, 30 Zentimeter an meiner Einführluke vorbei, geschossen kann ich einfach den Wagen mit dieser Seitenverschiebung in die richtige Position bringen und die Palette oder was auch immer doch noch richtig abladen. Und wenn es hier unten aber schief ist, dann ist es oben beim Ausgefahren ein Teleskop nicht schief? Doch, es ist dann, es geht mit der Maschineneigung mit. Aber dadurch, das ist kein Problem, weil wir haben ein elektronisch gesteuertes Lastabschaltungssystem, ich kann die Maschine noch so weit verschieben, solange sie sicher steht.